Herzlich Willkommen im Gesundheitszentrum Can. Mein Name ist Can Michael, ich bin der Besitzer vom Gesundheitszentrum Can in Feldkirch, vom Damenstudio Figurso Can Lady in der Reichstraße in Feldkirch und Gesundheitszentrum Can in Hohenems seit Jänner 2014. Unser Ziel ist ganz klar, gesundes Muscheltraining für Abnehmen, Rücken stärken, Bewegigkeit. Was sie bei uns machen, ist kein Sport, sondern wirklich körperliche Pensionsvorsorge. Das Hauptgeschäft in Feldkirch-Novels gibt es seit 1980. Seit April 2006 haben wir eine Neueröffnung gehabt, das Figurstudio Can Lady in Feldkirch. Seit Jänner 2014, das ist Sonset und Can in Hohenems. In allen drei Studios besteht die Möglichkeit mit dem Gymkart zu trainieren. In allen drei Studios haben sie die Möglichkeit Rückenzirkel zu trainieren. Mein Anspruch war immer eine hohe Qualität zu liefern, bedeutet Can steht ganz klar für Qualität. Sie als Kunde haben die Möglichkeit in allen drei Studios ohne Aufpreis zu trainieren. Can, Zentrum für Gesundheit, Bewegung und Wellness.